Ey Leute! Was geht? Minecraft ist wieder am Start! Ja, wir spielen diese Map hier zu Ende oben. Erstmal failen, Mama. Le! Das war schon mal richtig bad, wo seid ihr? Ja, bei dir. Ja, komm mal mit. Nee, ich warte die ganze Zeit, dann teleportier ich mich. Du importierst dich? Du deportierst. Das war ich auch grad da. Ja, jetzt habe ich keine Porten, ich bin da. Okay. Ja, Leon weiß eh wieder nicht, wo es lang geht, ey. Ja, ich hab gehackt. Ich find grad den Weg nicht. Ja, portet euch einfach zu mir, ich bin da. Ja, willkommen auf der Map PSC, Challenge 7, geht weiter. Challenge 7. Vorgespielt. Die ersten Stages war ein bisschen einfach. Ich wollt euch nicht zumuten. Ich hab mich verdrückt. Alter. Ha, die haben uns runtergefallen. Leel Reward. Ich würd sagen, einfach gar nicht lange warten, ne? Einfach durch. Gar nicht lang schnacken! Nee, oh, scheiße. Ich hab noch ein bisschen Game Mode. Mach ne. Mach ne. Hör doch mal bitte auf zu schlagen, so macht das ganze doch überhaupt keinen Spaß. Junge, kein PvP auf der Lab hier. Du meinst SARS? Hey, 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 ich leg die PvP-Regeln fest. Wenn's mir nicht passt, dann ist halt einfach mal kein PvP. Es ist Kollegah. Oh ne, ich muss aufpassen, wenn's nämlich zu gut klingt. Ich mach gleich bei jedem Scheiß Sponieren für die 60, ey. Das ist ganz ein bisschen spannender zu machen. Meinst du, dann kommt die Gamma? Ja, dann kommt die Gamma, wenn ich das so geil nachsinge. Mein Kollege sagt das ja genauso. Nice, Wayne. Tipp, SW and Space at the time. Alter, alles andere, du Hurensohn, komm. Schnippel dich runter. Warst du eigentlich in der Nipplegate-Affäre verwickelt? Hä? Was, du, Justin Timberlake? Was, du, Justin Timberlake? Ja, der war ja darin auch verwickelt. Weil ich bin Timberlake. Der Schuhheldeller. Richtig. Scheiß. Oh, mein Gott. Hä? Hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Nichts. So. Alter, ich glaub, ich bin hier gleich durch mit dem Haus, ey. Oh, dieses Haus ist ja sowas von behindert, ey. Ja, mit deiner Gesichtszüge, du Hurensohn. Das Haus der Turets. Hast du grad Sausalitas gesagt. Wow. Du bist heute aber auch ganz schön aufm, keine Ahnung was. Ich warte, ich warte mal hier kurz auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Mittag... Ein full 60. Ein full 60. Ein full 60, aber hängst 20 schnell erst hinterher, also irgendwas ist ja nicht stimmig, ne? Ich mach gar nicht die Doors hier open, Alter. Am Twine, oder was? Am Twine? Das ist irgendwie langweilig, das Haus. Vor allem ist es total behindert. Das davor war einfach übelst schwierig. Das war viel länger und viel schwieriger und hier haben wir so die Pillow-Krane. Ja, vielleicht wird das nächste Hause ja ein bisschen anspruchsvoller. Es sah ziemlich cool aus mit so einem fliegenden... Ne, das war das gar nicht, ne? Doch, das war das schon. So ein fliegenden Inseln und so. Fliegende Insel? Hast du da noch, willst du mal einen Twi-Sexy sehen? Ich mach gleich. Ich mach gleich mal einen, der ist so brutal schwierig. Ich bin schon bei 7,14. Junge, ich hab euch da hinten gemacht, ne? Ich hab übelst auf Brands-Self, ja. So, Leute, an welchen Tagen seid ihr denn auf der Gamescom? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. Aber wann sind wir denn nochmal da? Am 8. Welcher Tag ist das? Samstag. Wir sind in Halle C. Alles klar. Da haben wir unseren Stand. Da haben wir den Stand. Da haben wir auch ein paar Fanartikel ausgebreitet. Die könnt ihr gerne kaufen. Zu überteuerten Preisen. Richtig. Zu einem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was? Ich hab's gemacht, Alter. Junge, ging das schnell. Ja, dann warte ich hier mal ganz kurz auf euch. Und dann würde ich sagen, geht's auch gleich weiter. Und ich trinke übrigens gerade Wasser von Quellbrunn. Dafür hab ich gerade 5 Euro bekommen für diese Aussage. 5 Euro. Ich finde, das Wasser von Quellbrunn schmeckt aber auch am besten. Ja, das schmeckt einfach nur super. Ist das nicht aus dieser Mineralquelle? Ja, richtig. Aus der Brandenburger Urstromquelle, um genau zu sein. Das hört sich schon lecker an. Wo seid ihr, Alter? Ich bin jetzt bei der 8. Ja, ich auch. Wo ist Liam? Und der ist nicht mehr verlaufen, ne? Ach, Scheiße, ey. Oh, ihr warte. Halt, halt, halt. Read me. Ganz wichtig. Er hat's groß geschrieben. Das muss wichtig sein. Meinst eher read me? Warte. Fick dich. Und weiter. Read me. Da bin ich auch mal ein bisschen daneben gesprungen. Smoke weed in everyday. Das war ich, der Geber. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Das hab ich mir letztens wieder angeguckt. Der ist so behindert, wie dieser Typ lacht dir so. Oh, was? Oh, 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 oh. Das ist einfach nur legendär. Oh, 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 oh. Checkpoint. Hä? Was soll das denn für was? Easy. Easy peasy lemon squeezy. Lemon squeezy. Squirt. Squirt. Squeezy. Ich hab übrigens nur aus meiner Mom ins Gesicht gesquirt. Und andersrum. Sicher. Sicher, dass es nicht andersrum war? Ja, andersrum auch. Aber ich mach das immer aus dem Arsch. Richtig geil im Asswater. Alter, wie lange braucht ihr denn, Mann? Weiß ich nicht. Ihr seid ja Superbad. Es ist Superbad. Spinnst du gerade auf den Film an? Superbad? Den wir drei als Artisten mitgewirkt haben? Du weißt schon, was da ein Checkpoint ist. Checkpoint. Hm? Was macht der Checkpoint? Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich ein Ding ins Hülte dich mal. Der macht bei mir so, weil der macht bei mir ungefähr gar nichts. Ja, bei mir auch nicht. Sehr egal. Nice. Puh. Oh, ich bin nicht das jetzt so komisch. Shit. Ex- oder Kelly-Fan sag ich dazu, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Oh, was anderes kommt mir gar nicht ins Haus. In die Kiste? Ich mach mal Licht. Mach mal Licht. Mach mal Licht! Hey! Mach mal Licht! Du seid ja dann auf einmal schon da oben, ey. Hä? Ja, weil du einfach so dumm bist. Wo gehst du lang? Hast du ja keine Map-Awareness. Now to the Checkpoint. Wow. Fuck, oh, ne. Doch. Wo kann man runterfallen, bitte, bei der Challenge gerade? Ich bin in die Maus gekommen und bin dann runtergefallen. Oh, wine, wine, wine. Das gucken wir uns doch, weil alle zusammen an, wenn wir wie immer alle Videos, die wir hier aufnehmen, zusammen gucken mit Chips und Fanta. Fanta Classic mit dem Originalrezept aus Deutschland, die neu im Handel ist. Oder vielleicht die Sonne Cola mit Stevia. Weniger Zucker, weniger Morin. Mh, es schmeckt noch mehr. Es ist gut. Weißt du dir, dass es mal eine Crystal Pepsi gab? Die war durchsichtig. Also dieser Aussie-Wasser hat aber noch eine Pepsi geschmeckt. Alter, der Checkpoint funktioniert ja überhaupt nicht, Mann. Finde ich voll krass, oder, Alessandro? Ich bin nur dumm, oder was? Ja, und dann waren die Tester verwirrt, was sie da trinken. Dann wussten sie das nicht mehr. Alessandro, machst du mal was? Was denn? Was soll ich denn machen? Boah, Alter, ich... Junge, Alter, tötet euch am besten nicht, ne? Ohne Witz. Jetzt einfach übelst die Lecks dann auf einmal. Alessandro schang grad die ganze Zeit einfach nur vor mir rum. Ich war trotz geworden. Ich hab die ganze Zeit so komisch an Leckses. Ja, nee, das liegt aber daran, weil du einfach nur dumm bist. Weil du einen schönen PC hast. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, ich hab einen... A-O-Ware-Pick. See? A-O-Ware. 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 Alter, ihr müsst mal beim Checkpoint warten, ne, Lil? Was haben wir, ich knüppel dich? Hey, 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 hey. Hat mal Glück gehabt, ey. Hey, das kann man auch mit... Mit einer Unterredung. Kann man das auch irgendwie beiseite schaffen, das Problem. Das haben wir alles mit unserem YouTube-Bundi bezahlt. Jeder von uns hat so einen PC. Richtig. Die Leute wissen ja gar nicht, dass Google nämlich pro Abonnent... Für jeden Abonnenten, den man hat, bezahlt Google 1 Euro jeden Monat. Und dann geht's. Gut.